Vom 6. bis 9. März fand in der Wiener Stadthalle die Bildungsmesse BEST 2014 statt. Die Messe richtet sich an Maturanten und Maturantinnen, Schüler und Schülerinnen, Studierende, Berufstätige und an Weiterbildung Interessierte. Vom 6. bis 9. März findet in der Wiener Stadthalle wieder die Bildungsmesse BEST statt. Auf über 9.000 Quadratmetern findet man hier alles rund um Beruf und Studium. Die Zahlen sprechen für sich. 2013 informierten sich über 83.000 Besucher. Dieses Jahr präsentierte sich die BEST mit neuen Ideen. Mit Workshops und interaktiven Messeständen sollen die Jugendlichen für die einzelnen Berufe begeistert werden. Und mancher Stand probiert es auch mit etwas ungewöhnlichen Mitteln. Die BEST gilt als einer der wichtigsten Messen im Bereich Bildung und Weiterbildung. Hier präsentieren sich Unternehmen sowie Universitäten und Fachhochschulen. Über 340 Ausbildungsstätten sind hier vertreten. Darunter gibt es auch ungewöhnliche Berufe, wie etwa die Ausbildung zum DJ. Vier Tage lang finden hier nicht nur österreichische Bildungsinteressierte vielleicht ihren Traumberuf. Viele Besucher kommen auch aus Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Die boys intersection wie bei der ist die Person abläufe, wie etwa понимiert sich die troop. Wie bei der